Ein Rückblick auf die WWE-Wochen-Shows. Ihr hört die Raw vs. Smackdown Review. Let's go! Es heißt Show gegen Show. Berichte, Diskussionen und Analysen. Hier ist euer Host, Jonathan aka PerkX WWE. Die zweitgrößte WWE-Woche des Jahres liegt hinter uns Raw und Smackdown. Wir haben sie gesehen nach dem Summer Sam. Wir besprechen es durch. Harte Worte, brechende Tische, tolle Titelwechsel und vieles mehr. Wir reden darüber an meiner Seite, um das zu tun in der Raw vs. Smackdown Review. Mein Name ist Jonathan und dabei der Björnster. Was geht ab im Leben? Hey, yo, Meister zusammen. Joa, ne, langsam vom Summerfest so erholt. Jetzt Gamescom-Woche. Sprich, ich gehe gnadenlos weiter. Deswegen ja auch einen Tag später. Ich entschuldige mich bei allen Leuten. Aber gestern war ich ja den ganzen Tag auf der Gamescom unterwegs. Da konnten wir nicht aufnehmen. Und ja, ich habe die Hütte hier voll. Wir machen hier ordentlich Party die ganze Woche. Das sind Leute, die ich sonst ein ganzes Jahr nicht sehe. Aber jetzt habe ich mir noch eine Stunde freigeschaufelt, damit wir hier noch ein bisschen über Wrestling reden können. Ja, Hype. Easy, easy. Es ist einiges passiert bei Raw & Smackdown. Auch einen Tag verspätet wollen wir hier natürlich über die großen Wrestling-Themen plaudern, die uns, ja, Raw & Smackdown hier beschert haben. Und die Woche nach dem SummerSlam ist ja immer bei Raw & Smackdown sehr, sehr interessant. Da werden neue Weichen gestellt. Da gibt es vielleicht auch mal den ein oder anderen Call-Up. Zum Beispiel letztes Jahr, das war jetzt dieses Jahr nicht so, aber trotzdem einiges los gewesen. Zum Beispiel auch mit dem Universal Champion Roman Reigns, der Raw eröffnet hat und meinte, ja, ich bin ein Mann meines Wortes. Ich habe Brock Lesnar geschlagen. Jetzt verteidige ich direkt heute Nacht meinen Titel. Roman Reigns wurde ja hier an diesem Abend ordentlich ausgebucht. Aber dass er hier den Fighting Champion raushängen lassen hat, das hat ihm hier positive Reaktionen dann trotzdem nochmal beschert. Er trat an gegen Finn Balor, oder hat zumindest gegen Finn Balor diese Herausforderung ausgesprochen. Aber Baron Corbin folgt Finn Balor gleich noch mit raus und sagt, ey, das Match gestern, was ich gegen Corbin hatte beim SummerSlam, das war ja eigentlich gar nicht so richtig korrekt, weil ich bin nicht gegen Balor angetreten, sondern gegen den Demon. Also nicht gegen The Man, sondern den D-Man. So, was soll das denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Corbin will also ein Match gegen Finn Balor, aber Kurt Angle nimmt dem Ganzen den Wind aus den Segeln und sagt hier, komm, lass uns doch trotzdem mal Balor gegen Reigns machen. Und Corbin, du kriegst ein anderes Match, du gehst gegen Bobby Lashley. Das war quasi die Grundlage für Monday Night Raw, wo grundsätzlich auch dann die zwei Paarungen eben festgelegt wurden und der Start zum Abend war gelegt. Ja, den Abend davor konnten sie noch ganz, ganz schnell off-air gehen, damit man, ja, die katastrophalen Buchrufe aus dem Weg geht. Hier war es natürlich dann nicht mehr möglich und es war klar, wie es ablaufen wird. Reigns hat das aber, ich muss ja sagen, wenn er halt diesen Heat schon zieht, ja, dann nutzt er ihn da wenigstens auch für sich. Wenn er sich da ganz arrogant hinstellt und wartet, bevor er anfängt zu reden und dann ist quasi, genießt seine Sätze so ein bisschen da loszulassen. Ähm, zumindest macht er das Beste raus, aber so sollte natürlich nicht, ja, dass Face the Company und aktueller Titelträger von den Zuschauern aufgenommen werden. Aber die Diskussion hatten wir ja schon oft genug. Ähm, aber prinzipiell nutzt er es zumindest halbwegs für sich. Das finde ich okay. Ähm, ja, was man dann hier angesetzt hat mit, also die Sache mit den Demon und Nicht-Demon, das ist natürlich dann, was Corbin wieder anspricht. Das kann natürlich jetzt hier machen, aber ist natürlich auch wieder aller ferner Sachen so, ne. Das haben wir ja auch schon oft genug gesagt. Das ist natürlich lächerlich. Aber was man dann hier gemacht hat, also erstmal, dass Finn Balor jetzt hier, ja, ein Match bekommt gegen den Fighting-Champion. Ähm, das hat ja Roman Reigns schließlich die letzten Wochen ja angekündigt, wenn er dann Champion ist, dass er dann jede Woche da sein wird, um den Titel zu verteidigen und so weiter. Ja, der Demon hat es mit Sicherheit verdient nach seinen, ja, nachdem er der erste Drittelträger war und wegen der Verletzung abgeben durfte wenn er nie so wirklich ein Rückmatch hatte und so. Ähm, der ging ja schon hier in Ordnung und, ähm, ja, das einzige Schlimme war, dass wir halt uns dann halt auch, äh, Baron Corbin gegen, ähm, Bobby Lashley geben mussten. Boah! Das war dann das Match, was aus diesem Anfangssegment unter anderem heraus resultierte und, ja, kam dann auch direkt nach diesem Segment. Baron Corbin hat ja schon beim Summerslam verloren, ziemlich deutlich gegen Finn Balor und hier sah es jetzt nicht anders auch. Auch hier gibt es eine Niederlage und zwar gegen Bobby Lashley. Lief also auch an diesem Abend nicht so gut für Baron Corbin. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, das ist wohl richtig, ähm, ja, Weslerisch läuft es gerade nicht so. Es steckt jetzt eine Niederlage nach einer anderen hier ein, ähm, ja, gegen die Grinsebacke, gegen die schwarze Grinsebacke, hat er dann auch nach knapp 15 Minuten oder so, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr lange angefühlt, äh, verloren, ähm, naja, kann man halt machen, muss man aber nicht, ne? Genau, also das war dann quasi... Muss man auch nicht gesehen haben, also... Ja, äh, war nothing special. Bobby Lashley ist halt wirklich, also ich finde es, ich finde es sehr interessant, wie Bobby Lashley halt von einem möglichen oder diskutierten Teilnehmer des Main Events vom Summerslam in dem Triple Threat mit Reigns und Lesnar abgestürzt ist halt einfach wieder zu jemandem, der absolut irrelevant seine Matches halt gewinnt. Das ist das Ding, er gewinnt seine Matches, das ist ja schon mal was. Aber, also, da ist halt einfach null Substanz, habe ich das Gefühl. Und er ist halt gerade wieder so geparkt, bis halt wieder irgendwie das Kreativteam ihn ausparkt und wieder in irgendeine Richtung, äh, fährt. Aber, ja, wenn das Kreativteam nicht vorbeikommt, dann bleibt es halt so, wie es gerade ist, ne? Und das, das ist schon krass, wie, wie Bobby Lashleys, äh, ja, Restart bei WWE, der aktuelle Run so verläuft. Ähm, das ist richtig, das war bis jetzt absolut gar nichts gewesen. Ich hätte mich auch nicht drüber gefreut, wenn er bei den Triple Threat dann dabei gewesen wäre, oder sowas, weil er halt einfach so farblos halt einfach ist, ja. Ähm, und, ähm, naja. Das ist halt das typische Problem, was die WWE hat, mit großen Namen, die jetzt aber gerade keinen Platz haben für den Main Event. Und, ähm, dann kann man sich Mühe geben, das hat man ja zum Teil auch bei The Swarlands gemacht, ähm, sich trotzdem, ja, Storys um ihn einfallen zu lassen. Oder du lässt ihn halt einfach, ja, Woche für Woche halt die Mid-Carder squaschen, was aber keine Sau interessiert. Ja, äh, und das ist die aktuelle Rolle für Bobby Lashley. Äh, mal sehen, wie es so mit ihm weitergeht. Äh, aus dem könnte man ganz viel machen, macht man aber aktuell nicht. Äh, Baron Corbin, für den gilt so ein bisschen das Gleiche. Äh, für ihn gab's im Laufe des Abends dann noch eine tolle Ankündigung von Stephanie McMahon. Äh, aber zuvor müssen wir anbesprechen, dass Stephanie eine Promo gehalten hat. Alle Frauen waren mit am Ring und Stephanie redet und redet so positiv über Ronda Rousey. Sie wäre mitverantwortlich für den Erfolg von ihr und eigentlich ist Ronda Rousey aber trotzdem gar nicht so nett, wie sie tut. Sie bricht nämlich Leuten nur die Arme. Ja, Ronda Rousey war da mit dabei, verteidigt sich dann und sagt, ich breche hier nicht jedem den Arm, nur den Leuten, die es verdienen. Zum Beispiel dir, Stephanie oder Alexa Bliss, die eben auch mit einem, ja, äh, verletzten Arm, den sie gesellt hat. Äh, mit so einer Armschleife da. Äh, nennt man das so? Keine Ahnung, wie heißt das professionell? Du hast die Medizinausbildung hinter dir? Ähm, da müsste ich einen Kollegen fragen, der fährt auf dem Krankenwagen mit, aber, äh... Ja, wie auch immer, ähm, hat es auf jeden Fall hier am Start gehabt und, äh, hat auch ein sehr, sehr leidendes Gesicht gezogen. Die Leute können es auch mal reinschreiben, ihr wisst das auf jeden Fall. Äh, dann könnt ihr hier uns mal wieder mit unserem Vokabular aushelfen. Auf jeden Fall, ähm, hat Ronda Rousey dann wieder mal eine Armbar gegen Stephanie, äh, durchgezogen und hat dann mit den Faces am Ring gefeiert, während die Heels sich so ein bisschen um Stephanie gekümmert haben. Das war vorerst hier das Frauensegment. Und man muss schon sagen, also Stephanie McMahon und Ronda Rousey, das ist ja bislang die Fäde, die man, ja, durch die ganze Ronda Rousey-Karriere bei WWE zieht. Und das ist ja fast so ein bisschen wie, ja, doch wie Vince McMahon, die Autoritätsfigur und Stephanie McMahon, äh, und uns... Stephanie McMahon, nee, Steve Austin. Die ersten drei Buchstaben, die passen. Ähm, ja, Steve Austin, der gegen diese Autoritätsperson, ähm, seine Rivalität hat und da eben aber auch einfach als Star richtig im Rampenlicht stehen kann. Ja, ich meine, man hat natürlich jetzt auch Ronda Rousey mit Steph eine ganz, ganz, ganz gute, ähm, Gegenspielerin und, ähm, das kann man richtig ordentlich machen. Und ich finde, das, das macht man auch ganz gut, was man zwischen diesen beiden Personen hier zeigt. Ich fand aber dieses ganze Segment doch sehr cringy wieder halt so. Da steht wieder die gesamte Damen-Division draußen, die sich quasi alle irgendwie lieb haben, weißt du, so, äh, auch so Leute halt einfach wie Sascha Banks und sowas halt, die einfach, weißt du, weißt du, die feiern dann alle da mit Ronda Rousey zusammen, weißt du, nachdem sie Stephanie fertig gemacht haben, weißt du, so. Aber die müssten doch eigentlich irgendwie alle doch selber Bock haben, jetzt eigentlich Rousey umzuhauen und sich den Gürtel zu schnappen oder irgendwas halt so. Stattdessen haben sie sich alle lieb, umarmen sich dann halt dort, ja, und die, die Heels kümmern sich halt um die weinende Stephanie McMahon draußen. Also, mir gefällt das nicht. Also, das ist irgendwie, warum macht man das Segment denn nicht? Also, warum müssen, warum müssen da quasi alle Damen draußen sein? Das ist, das ist doch totaler Blödsinn halt. Ich meine, klar, das sollte die Champions-Celebration sein, ja, ähm. Also, deswegen müssen auch nicht die ganzen Damen draußen stehen und quasi klatschen, dass, äh, Wanda Rousey jetzt Champion geworden ist, oder? Ja. Eigentlich müssten die doch eigentlich total jetzt eigentlich alle motiviert sein, okay, guck mal, da ist unser Ziel, da ist unser Target. Drupfter. Hashtag Drupfter. Ja, ganz genau, ähm, das sollte eigentlich die Herangehensweise sein. Ich finde auch bei, ähm, Sascha Banks, dass man ihr so ein bisschen angesehen hat, dass sie da einfach, also, dass sie da auch keinen Bock drauf hatte. Und, äh, ja, der, also, das gesamte Segment hatte so, schon so ein bisschen, äh, so einen Hauch von Cringiness und, ähm, ja, das ist aber auch, finde ich, so ein bisschen, nicht nur... Ja, guck mal, gesamter Kader, da ist die große Wanda Rousey und ihr seid alles nix wert. Ja, also, es, also, es fehlt diese, diese Konkurrenz und dieser Fokus auf, ey, ich will den Titel. Weil, irgendwie wirkt der Großteil des Kaders nicht so, als würden sie den Titel wollen, sondern so, als würden sie auf die Titelchance warten und, aber dabei völlig irrelevant werden und völlig vom, vom Bildschirm verschwinden im wahrsten Sinne. Ja, da ist mir so eine Becky Lynch tausendmal Liebe, auch wenn sie dafür dann irgendwie Heel schäumen musste oder sowas halt, aber sie hat wenigstens Bock, die Titel zu gewinnen. Das ist auch geil, ne, da müssen wir dann bei Smackdown noch drüber reden, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Eine, äh, ne, zwei Worte nur dazu, Straight Fire, Björnster. Straight Fire gab es dann auch von Stephanie McMahon Backstage, die hat nämlich Kurt Angle gefeiert, oder besser gesagt, so ein bisschen, äh, beurlaubt. Also, you're fired, diese drei legendären Worte, die fielen wohl nicht, aber, ja, äh, es war das Backstage-Segment, was darüber entschied, wie es mit Kurt Angle weitergeht. Stephanie McMahon hat sich nämlich richtig aufgeregt über Kurt Angle, dass er Ronda Rousey nicht unter Kontrolle hat und dass die halt da machen kann, was sie will. Ähm, ja, wurde ja auch mal suspendiert von Kurt Angle, aber das bringt anscheinend alles nichts. Er hat sie nicht unter Kontrolle und Stephanie McMahon macht Corbin, Baron Corbin, Constable Corbin, zum Acting General Manager. Er ist also jetzt nicht mehr nur der Wachtmeister, er ist der Acting General Manager und Kurt Angle hat damit nach circa eineinhalb Jahren GM-Laufbahn bei Raw abgedankt. Ja, das muss ich aber sagen, ne, ähm, eigentlich ist er für uns doch sehr, sehr gut, oder? Ich meine, wir haben ja noch eh schon über Kurt Angle und seine Rolle da, ja. Ich meine, ich glaube, er hat sich an diesem Abend einmal vorher ja noch richtig, in Anführungszeichen, durchgesetzt. Ähm, kommen wir ja gleich noch zu, wo er noch in Macht war. Ja, von diesen Kurt Angle hätte man sich wahrscheinlich viel, viel mehr gewünscht. Stattdessen hatten wir immer halt diesen, ja, diesen alten Mann, der sehr demenz wirkte und jetzt sogar einen Altenpfleger an der Seite hat. Der jetzt natürlich dann logischerweise in der Storyline sein, ja, sein Erbe erstmal übernimmt. Aber das ist halt auch nicht so lange, denn auch ein Bell und Corbin wird sich halt früher oder später für die Authority oder für Stephanie McMahon versagen. Und, ähm, dann schauen wir mal, was dann noch groß da kommen wird. Äh, aber prinzipiell bin ich da erstmal nicht ganz unglücklich darüber, sagen wir es mal so. Kurt Angle hatte seine sehr lange Zeit da als GM, hat er auch ordentlich Geld verdient, denke ich mir. Äh, es gibt jetzt die Spekulation, dass er vielleicht wieder so ein bisschen im Ring tätig sein wird, glaube ich, aber eigentlich auch nicht. Ich denke, das war's jetzt halt erstmal wieder mit, äh, Kurt Angle, zumindest, dass wir ihn langfristig sehen. Äh, vor allem, wir haben uns alle drauf gefreut damals halt, muss man ja sagen halt, aber man muss im Nachhinein sagen, das war nix. Ja, und ich denke auch, also, man hat ihn jetzt hier als Face General Manager gehabt, das war mal cool, wieder eine, äh, Publikumslieblings Autoritätsperson zu haben, war ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir halt wieder hier Baron Corbin. Ähm, aber prinzipiell glaube ich, dass du jeden in diesen Autoritätspersonen-Spot stellen kannst und, also, mal richtig unterhaltsam oder wirklich auch dann auf eine Art und Weise umgesetzt, dass man sagt, ja geil, so muss das sein, glaube ich, wird das einfach nicht. Also, das ist halt trotzdem dann dieses eindimensionale Autoritätspersonen-Ding und dann werden halt auch die Promos so genau vorgeskriptet und, ähm, bei Kurt Angle hat man das halt so gesehen, wie es bei ganz, ganz vielen anderen dann auch laufen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Baron Corbin da unterhaltsamer wird als General Manager, kann ich mir vorstellen, aber, ähm, ja, der wird dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Rester-Rolle erstmal abgeben, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also, ich denke, so lange, so lange wird sein GM-One nicht laufen. Okay, was, äh, siehst du da in Zukunft? Ja, also, der wird sicher in den nächsten zwei Wochen mal irgendwann Scheiße bauen und dann wird sich auch Steph gegen ihn stellen und dann ist der arme Heal für eine Woche, muss man dann mittlerweile mit ihm haben, aber dann wird er in seiner alten Rolle verfallen. Okay, und dann Stephanie als, äh, Autoritätsperson wieder? Ah, guck, vielleicht holte ich Steph ja vielleicht jemand anders dafür oder so. Hm. Wenn sie das mehr zutraut oder so, keine Ahnung. Also, wir sind gespannt und schauen mal, wie es da weitergeht. Stephanie McMahon, interessante Persona hier mal wieder zu sehen hier bei Raw, das gab es ja schon lange nicht mehr. Und auch ihr Mann, Triple H, war am Start. Aber nicht in der Autoritätspersonenrolle, sondern viel eher in der, ja, Cerebral Assassin-Rolle. Er hat gesagt, hier in der Promo, ja, ich will nochmal den Anzug ablegen, ich will The Game wiederbeleben, hey, ich will nochmal ein großes Match gegen die Undertaker. Beim Super Showdown treten die beiden gegeneinander ein. One last time, heißt es da Björnster. Hier nochmal die Promo als Hype bei Raw, was ich ein bisschen eigenartig finde, weil das Event ist jetzt im Oktober. Man bringt jetzt hier eine Promo bei Raw, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem so ein bisschen, also es ist ja schon, ist ja schon ein Live-Event, was übertragen wird. Aber dass man da jetzt auch so eine Promo bringt und sowas, das deutet für mich schon darauf hin, dass man halt noch ein paar Tickets verkaufen will oder zumindest nicht so den, ähm, also dass da so ein Aufbau passiert ist, das finde ich eigentlich ein bisschen eigenartig, oder? Ja, also, ähm... Und vor allem jetzt? Da passen irgendwie 80.000 rein oder so oder 100.000 in diese Schüssel, ja. Ähm, da müssen sie wohl ein bisschen Werbung für machen, damit sie das Ding auch irgendwie halbwegs vollkriegen. Deswegen kommt jetzt hier auf einmal out of nowhere in dieser Wochenschau ein Triple H raus. Der eine Storyline aufgreift, die es ja gar nicht mehr gab, in Anführungszeichen, aber sie sich damit quasi wieder aufwärmt, so out of nowhere. Und wahrscheinlich werden wir, ich würde es nicht wundern, wenn wir auch in den nächsten Wochen noch einen Undertaker sehen, in den nächsten Wochen, der irgendwann darauf anwürden wird. Einfach nur, um dieses Event zu hypen, in den Australien Tickets zu verkaufen. Ja, für effektiv ja eine große Haus-Werbeshow, die es sein wird, ne? Weil bei dieser Show gibt es ja nichts anderes, äh, als am Ende ganz viele Zuschauer da zu haben, um vielleicht auch ein bisschen so quasi über so Shows wie All-In dann quasi drüber weglächeln zu können und sowas halt, weil die WWE dann sagen kann, ja guck mal ey, wir fahren einfach mal nach Australien, weißt du, und dann haben wir da 80.000 Leute oder so. Ähm, ja, um nichts anderes geht es ja. Ja, also ob sie dann die 80.000 da reinkriegen, ob da wirklich dann so viele Leute am Start sein werden, das wage ich nur ein bisschen zu bezweifeln, aber, äh, wir gönnen es natürlich der WWE, die ganz großen Stadien voll zu machen. Wir lieben ganz große Stadien, wir liebten auch die Saudi-Arabien-Show und, ja, mal schauen, wie es da noch weiter geht, wenn der, äh, Undertaker da noch vorbeikommt und dann wirklich nochmal eine krasse Fede aufgebaut wird, hier beim Monday Night Raw und die entbricht zwischen den beiden. Das wäre auch ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Genau, das haben wir also soweit abgehakt. Dann können wir mal eigentlich über die Dame noch kurz reden, die hatten nämlich noch ein Match, Ember Moon, Bayley und Sasha Banks gegen das Riot Squad. Das Riot Squad hat hier gewonnen durch Ruby Riot, die wieder sehr stark dargestellt wurde, also mit der hat man anscheinend auch ordentlich was vor und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Ruby Riot mal eine Fädengegnerin für Ronda Rousey wird, so übergangsmäßig. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen, wie viele Woche in Folge ist das, dass wir dieses Match bekommen? Ich glaube, Ruby Riot ist die dritte Woche da, ich glaube, die vor vier Wochen wieder aufgetaucht, die dritte Woche jetzt in Folge sehen wir doch dieses Match, oder? Und kann es sein, dass jedes Match immer The White Squad gewonnen hat, seitdem Ruby Riot da ist? Also es gibt, glaube ich, minimale Unterschiede, aber ja, die Besetzung, die wir sehen, das ist immer wieder das Gleiche, das ist halt genau diese, äh... Auch die arme Amber Moon, die da überhaupt nicht so ein paar verloren hat, weißt du, in dieser ganzen Fäde ja mehr oder weniger, was soll das denn? Ja, das ist halt auch wieder klassisch Raw-Frauenkader, da sind Mädels, die nicht im Titelgeschehen stehen, aber so ein Level drunter, die man aber irgendwie trotzdem zeigen will, weil sonst, äh, sind die da hinten und sind frustriert, Sascha Banks sowieso schon in Ewigkeiten frustriert, so hat man das Gefühl, und dann vergessen die Leute das, ähm, ja, aber ist halt sehr unkreativ, sag ich mal, umgesetzt. Ich freue mich jetzt schon wieder auf den Moment, wo The White Squad wahrscheinlich das vierte Mal in der Woche gewinnt und dann Sascha sauer ist auf Bailey und sie sich dann prügeln. Boah, das wird auch cool, stell mal vor, die beiden hätten eine Fäde, ma. Das wäre wahrlich wunderbar und für Evolution, den Frauen-Pay-Per-View, vielleicht auch eine interessante Paro. Ja, es wird ja kommen, das ist halt, wir haben es doch schon dreimal gesehen, halt so, weißt du? Das ist halt wie, wo ich vor zwei Wochen bei der WXW war, weißt du, und dann machst du ein Tablets-Match, weißt du, und dann geht halt dreimal, der Endspot funktioniert nicht und du weißt halt schon, okay, der Sieger steht halt quasi schon fest, ja, du wartest nur, dass der scheiß Tisch endlich mal bricht. Der Tisch, er bleibt bestehen, save the tables, save the tables. Aber so ist es halt mit Bailey und Sascha, die haben sich schon dreimal quasi die Fäde, so einen kleinen Höhepunkt-Start gemacht, um es dann jedes Mal wieder abzubrechen und wir warten eigentlich nur darauf, dass endlich, ja, einer von beiden mal bricht. Ja. Und Björn, wenn das so weitergeht, dann brichst du. Echt? Ja, haben wir alle nichts gewonnen, ja, wunderbar. Gut, das halt zu den Mädels, die hier wieder ein bisschen in der, ja, Mid-Card eingesetzt werden. Ansonsten hatte das B-Team ja letzte Nacht im Kick-Off ihre Titel verteidigt. Dieses Mal gab es bei Raw zwei Einzelmatches zwischen den Einzelrestlern, Revival und B-Team quasi, also das Rematch von letzter Nacht nur in Einzelversion und nicht in Tag-Team-Version. Und beide Matches wurden von The Revival gewonnen. Sie beweisen also mal wieder, dass sie besser sind, Björnster, dass, ja, zur Tag-Team-Division, dann können wir die auch direkt abhaken eigentlich, wenn man dann nicht... Ja, geil! Also ist das nicht schon wieder geil? Also das B-Team, was undefeated ist, ja, seitdem sie das B-Team sind und ein Glückssieg nach dem anderen abstauben, von Woche zu Woche und das ist nicht einfach mal drei Wochen untereinander, wo man sagen kann, okay, das ist lustig, sondern jetzt ist das vielleicht der dritte Monat oder so und das ist total nervig. Aber wenn sie dann wieder alleine ran trifft, dann sind sie halt wieder die größten Jobber der Welt und das Tolle daran ist, Jungs, dadurch, dass jetzt Scott Dawson und Dash weiter einzeln gewonnen haben, haben die ja wieder eine Chance auf eine Titel-Chance, weißt du? Geil! Ich freue mich schon drauf. Oh, Björnster, ich habe dich selten so motiviert erlebt und ich muss sagen, ich glaube, das war wirklich der Summer Sam, der dich so begeistern konnte, dass du jetzt hier auch bei Raw und SmackDown wieder richtig gut dabei bist, dann hier, was man mit den Tag-Teams macht, das ist schon atemberaubend. Wir hatten ja, oder haben ja neben B-Team und Revival auch zwei andere Tag-Teams noch, die da so ein bisschen parallel eingesetzt werden. Ja, also quasi wieder die geparkten, die wochenlang das Gleiche machen wie bei den Frauen eigentlich, die Office of Pain und Apollo Crews, beziehungsweise Titus Worldwide. Die Office of Pain hatten hier ein Handicap-Match gegen Apollo Crews und haben das auch ganz klar für sich entschieden. Ja, haben wir auch schon in den letzten Wochen. Also wenn wir die beiden sehen, immer halt gegen Titus Worldwide, so Hype. Hype, 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 Björnster und Elias haben wir gesehen. Walk with Elias, er lässt sich von der Crowd feiern und hat Curt Hawkins weggehauen. Auch das hier bei Raw zu sehen gewesen. Ah, da gab es aber eins maniervoll zu haben. Sie doch alle Angst gehabt, oder? Ne, Quatsch, also... Ich freue mich, ich meine, ich freue mich schon auf den Moment, wenn nachher wirklich Curt Hawkins mal irgendwann wirklich einen ersten Sieg bekommt und da sind wir uns da ziemlich einig, sobald er den ersten Sieg bekommt, wird er noch fünf weitere kriegen und IC-Champion werden. Da bin ich fest von überzeugt, irgendwo hört meine Worte, könnt ihr schon mal abspeichern hier, ne, merkt euch das. Ja, aber zum Glück war jetzt nicht Elias das Opfer. Ich habe auch auf Twitter einen Kommentar gelesen, hey, ich könnte mir gut vorstellen, dass man Curt Hawkins mal irgendwann dann nach seiner Losing-Streak irgendwie eine Storyline damit gibt und dass er dann wieder Sieger einfährt. Aber man muss auch sagen, also das ist ja prinzipiell so im Wrestling, diese Storyline, oh ja, der eigentliche Loser, bei dem die Leute dann auch die Assoziation haben, ja, der gewinnt ja sowieso nichts, hat die Überraschungsmomente auf seiner Seite, gewinnt dann aus dem nichts. Das ist prinzipiell ein Storyline-Ansatz, den man auf jeden Fall so machen kann, das Problem ist dann allerdings, wenn es in kurzer Zeit zu oft gemacht wird und wenn man jetzt das B-Team sich anschaut, die hatten ja genau den Storyline-Ansatz. Heath Slater und Rhino hatten genau den Storyline-Ansatz. Wer hatte noch sowas? Mir fällt es gerade nicht ein. Aber es gab es ja in der vergangenen Zeit sehr, sehr häufig, hatte ich das Gefühl, dass man halt einfach so da rangeht. James Ellsworth zum Beispiel, ne, der dann auf einmal aus dem Loser hat man halt dann auch, groß was gemacht oder machen wollen und dann hat er auf einmal hier gegen AJ Styles im Main Event gewonnen. Früher gab es da auch mal so einen indischen Loser, der war dann nach World Champion. Ganz genau, den habe ich mir nämlich immer noch im Hinterkopf gehabt, aber ich habe es schon wieder verdrängt, glaube ich. Dann lass uns doch hier mal weitergehen bei Raw Björnster. Zwei Sachen haben wir noch, bevor wir dann zu SmackDown gehen können. Und zwar einmal den fucking Ambrose, der zurück ist bei Raw seit letzter Woche und ein Match gegen Dorf Segler bestritten hat. Jetzt ist die Frage, Björnster, der war lange verletzt, der war lange raus. Ist Ambrose noch das, was er mal war im Ring? Does he still got it? Oder hat er was verloren? Ja gut, er durfte jetzt hier in den 10 Minuten natürlich nicht alles zeigen, was er kann und so. Und ich glaube, Dean kann es schon noch. Und das war jetzt auch nicht so verkehrt hier, das Match. Findest du? Ja. War auch ganz schön chaotisch dann, als Dean Ambrose so ein bisschen auch Rawlins eingestichelt hat. Hey, komm, mach doch mal hier den McIntyre weg. Rawlins und McIntyre kriegen sich dann in die Haare. Ambrose kann gewinnen, startet mit einem Sieg gegen den IC-Champion wieder bei Raw quasi rein. Und ja, das deutet doch auch ganz klar nochmal auf eine gute Darstellung von ihm hin, würde ich mal behaupten. Dean ist gerade so frisch zurück. Ich meine, bevor ich jetzt rage, das kommt ja gleich im Main-Event noch halt so. Du hältst es noch zurück. Ich halte es noch zurück. Das ist wie so ein Staudamm, gegen den immer wieder so eine richtig krasse Welle schlägt und den Staudamm, den öffnen wir gleich, wenn wir zum Main-Event gehen. Und ich meine, der Main-Event hat jetzt so viele Sachen offen, in Anführungszeichen, ja. Ich meine, da hat man jetzt dann so viele Möglichkeiten und ich hoffe, dass man jetzt nicht die Variante nimmt, wo Dean jetzt wochenlang vielleicht mit guten Freunden unterwegs ist, sondern, ja, vielleicht sich sagt so, hey, guck mal, irgendwie alle um so herum haben sie Gold, nur ich nicht. Muss ich mal ändern oder sowas, ne? Es gab den Main-Event. Finn Balor gegen Roman Reigns, den Universal Champion gegen den Extraordinary Man, wie sie Finn Balor immer bezeichnen. Und der große Top-Titel von Rock war sie im Hauptmatch des Abends. Und das war tatsächlich ein gutes Match in meinen Augen. Das hat mir sehr gut gefallen, was man da delivered hat. Die Crowd hat es auch geliebt, Björnster. Hast du es auch geliebt? Ja, geliebt habe ich es jetzt nicht unbedingt, aber das Match war ganz gut. Das Match war ganz gut, immerhin das. Braun Strowman ist irgendwann tatsächlich während des Kampfes rausgekommen, hat beide abgelenkt, die hier im Regen versucht haben, hier irgendwie nochmal die letzte Reserven. Kurze Frage ist ein Match. Hattest du Finn Balor eine einzelne Prozent Chance gegeben? In meinen Erwartungen? Ja, er war ja nicht als Demon da, oder? Damit war doch schon eh klar, dass er verlieren wird, oder? Ja, also ich habe mir kurzfristig gedacht so, wie wäre es denn, wenn man einfach die Überraschung bringt und Finn Balor jetzt hier zum Champion macht. Aber dann habe ich mir gedacht so, wie die den die letzte Zeit gebuckt haben und sowas. Das deutet ja schon klar darauf hin, dass man jetzt nicht in der nächsten Zeit so viel Krasses mit ihm vorhat. Ganz anders als bei Braun Strowman, der ja trotzdem immer eine sehr starke Darstellung bekommt, egal was er macht. Und er kam dann hier auch raus, hat nochmal für Ablenkungen gesorgt. Roman Reigns kann am Ende gewinnen und verteidigen. Strowman geht dann in den Ring. Björnster, er will ein Cachen. Und Jojo, die Ringsprecherin, sagt schon, Braun Strowman is cashing in his Money in the Bank contract. Und die Halle ist explodiert. Raste da aus, Brooklyn schreit rum wie sonst was. Aber Seth Rollins und Dean Ambrose kommen auf einmal zur Shield-Musik nach draußen. The Shield bündelt sich. Wo die Leute auch noch gejubelt haben. Erneut drei gegen einen. Und The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns hauen Braun Strowman weg, schicken ihn durch den Kommentatoren-Tisch mit der Triple-Powerbomb. Was für ein Moment! Ja, also wir halten fest, der Fighting-Champion wird herausgefordert, ganz offiziell vom Braun Strowman, ja. Der ja nicht ins Match eingegriffen hat, ja. Ja klar, er hat eine ganz kurze Ablenkung gesorgt. Aber dafür ist ja, ich meine, warum lässt sich die Menschen davon ablenken? Ist ja ja selber schuld. Wer hätte sich auch davon ablenken lassen können, nee. Aber, ähm, muss ich sagen, finde ich zum Beispiel auch schon scheiße, dass sich hier Reigns ablenken lässt und dann trotzdem das Match noch gewinnt, weil, ähm, ja, das lässt jetzt Finney jetzt nicht allzu gut aussehen, finde ich jetzt so. Ähm, ja, dann kommt Braun Strowman. Finito! Finito, ja. Dann kommt Braun Strowman hier, weißt du? Und wir ganz normal ein-cashen. Und der Fighting-Champion, der die letzte Woche noch erzählt hat, weißt du, wie böse doch dieser Brock Lesnar ist, der ja nie da ist und nie sein Gürtel verteidigt und sowas halt. Und er wird das ja ändern und er ist ja dieser Fighting-Man schon, keine Ahnung was. Ja, braucht dann seine, ja, beiden kleinen Freunde, die ihnen zu Hilfe kommen und dann wird in absoluter He-Manue einfach mal der arme, arme Braun Strowman, drei gegen eins abgefertigt. Was soll das denn? Und da muss man auch mal sagen, dass als das Shield natürlich zusammengekommen sind und sowas halt, dann hat natürlich WWE das wieder erreicht, was sie wollte, weil das wurde erst mal bejubelt und alles. Weil natürlich, die Leute feiern das Shield und sie lieben das Shield und ich mag auch das Shield, ja. Aber man hat auch gemerkt, nachdem, ja, die drei dann, ja, Born fertig gemacht haben für den Triple Powerbomb und sowas halt, dass es ja eigentlich auch das Publikum dort umgeschlagen ist und ich bin mir sicher, jetzt kommen ja viele Leute, ja, vielleicht Björn, vielleicht wird hier jetzt einfach das Shield, der große Heel-Stable wieder und sowas halt. Nein, noch niemals, oder? Ähm, ist halt jetzt die Frage, ne, das macht's interessant. Wird Roman Reigns Heel-Turnen mit The Shield quasi und wird... Aber warum? Jetzt, wo er endlich nach drei Jahren diesen Titel bekommen hat, die er die ganze Zeit hinterhergejagt ist, mehr oder weniger, ja, und sein Gutfilm-Moment bekommen hat, dann macht das gar keinen Sinn für ihn. Ja, also man kann ja immer Begründungen... Weißt du, wenn er gescheitert wäre, okay, dann hätt's ja wirklich Sinn gemacht und sowas halt, aber er ist doch nicht gescheitert. Also, Ja, aber, also, er kann zum Beispiel sagen, Okay, er ist doch Publikum gescheitert, aber das ist ja... Genau, das hätte ich jetzt nämlich... Das hätte ich jetzt nämlich angesprochen, so. Ey, die Fans, ne, wie könnt ihr mich ausbuhen? Ich bin der Fighting Champion, ich mach so viel für euch und, äh, ich nehm euch Lesnar als Champion weg, den ihr alle nicht sehen wolltet und ihr buht mich trotzdem noch aus. Was ist eigentlich los? Und dann kommen Dean Ambrose und Seth Rollins dazu und sagen, ja, was hier mit diesem... mit diesem Ort abgeht, ist auch einfach daneben. Es ist daneben, was hier passiert. Die Leute denken alle, sie sind's, aber sind's nicht. Wir sind The Shield, die Hounds of Justice und wir hauen sie jetzt alle weg und zeigen mal, wer hier wirklich, äh, die Bosse sind. Der IC Champion, Seth Rollins, der Lunatic, Dean Ambrose und der Universal Champion, den Roman Reigns, die Hound zusammen rein. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das als Heels bringen. Also, ähm, das ist halt die interessante Frage jetzt für die nächsten Wochen. Ich fände es aber tatsächlich geiler, ähm, wenn man sie als Heels Stable platziert, weil das hat mehr Feuer, finde ich, als Faces. Als Face haben wir sie gesehen, letztes Jahr, ähm, und das war ja nach einem Monat, hab ich das Gefühl, schon wieder ziemlich, ja, Standard, oder? Das ist richtig, ja. Aber man muss ja sagen, man muss dieses, man muss dieses Segment aus zwei, aus zwei Perspektiven gucken. Wenn man das jetzt einfach anguckt, was jetzt, äh, ja, die letzten Wochen war, was erzählt worden ist und in welchen Rollen eigentlich ja auch ein, ein Born Storm in und ein Reigns ist, die ja beide, na gut, von der WWE gesehen ist Warren Reigns immer noch das Top Babyface, ist ja mehr in Anführungszeichen, ja, aber eigentlich sind sie ja beide, ähm, ja, so, so, nicht richtig Face, nicht richtig Heel und, ähm, ja, tun gemischte Gefühle quasi weg in meinem Publikum, ja. Ähm, man hat, äh, von der Sicht macht das ganze Segment keinen Sinn, weil man hätte natürlich jetzt, ähm, ja, also man hat jetzt, warum Wades jetzt hier keinen Gefangenen getan dafür, dass jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen jetzt nicht mehr bejubelt wird oder so. Das bezweifle ich doch sehr stark, weil da hat man als Born Storm einfach den falschen Gegner, äh, dafür ist Born Storm Man einfach viel zu viel over. Ähm, ja, aber wenn man das jetzt mal ein bisschen ausklammert und einfach nur sieht, was für Möglichkeiten die es natürlich jetzt gibt, äh, bietet, ne, sowohl, ob es eine Shield-Zukunft gibt, ob die auf Face oder auf Vielseite ist, ob wir jetzt die letzten Wochen einfach nur sehen, dass das, ja, jedes Mal die drei quasi, ähm, ja, Born Storm Man stoppen und, ähm, dann wird sich Born Storm Man zwei Leute eine Seite holen und dann haben wir drei gegen drei oder da gibt es so viele Möglichkeiten von Split-Seite her, ob sich die M-Boards einfach vielleicht noch, äh, davon absplittet und sagt so, ey, ich will eigentlich auch Gold haben, so nach dem Motto oder so. Man hat so viele Möglichkeiten, die man, ähm, mit diesem Segment geöffnet hat, das ist natürlich ziemlich cool, aber es macht halt zu den, ja, Sachen, die man halt davor erzählt hat, irgendwie relativ wenig Sinn, wie ich finde. Also, kommt, finde ich, drauf an, wie man es erklärt. Ähm, man kann nämlich, finde ich, für alle Probleme, die man sich da gebuckt hat, auch eine Lösung finden. Ähm, und das ist ja ganz oft so beim Wrestling, nur, ähm, ob dann die, ob dann die Lösungen dann auch so erzählt werden und ob die, äh, ja, Logiklücken weg erklärt werden, das ist dann dahingestellt und das werden wir halt die nächsten Wochen dann sehen und besprechen, aber, äh, prinzipiell bin ich aktuell, was meine Meinung angeht, noch relativ zurückhaltend. Ich finde, den Moment hat man cool umgesetzt. Ich finde, Rollins, Reigns und Ambrose als Team, das, das zieht halt einfach, The Shield ist halt einfach eine Marke und die Fans lieben das natürlich auch. Äh, aber wie sie da jetzt damit umgehen, da würde ich erst mal, erst mal abwarten und dann in einem Monat oder so oder in zwei Wochen dann mal so ein, so ein Vorab-Fazit ziehen und mal sagen, yo, ist das jetzt eine gute Entscheidung, macht das, macht das, äh, Spaß oder dann doch eher weniger. Also, würde ich sagen, gucken wir mal, oder? Abwarten, Tee trinken, nee, das muss man wirklich warten, was die jetzt daraus machen, da haben sie halt viele, viele Wege. Viele Wege, die man sich hier eröffnet hat. Unser Weg, der führt uns jetzt zu Smackdown. Ey, nee, nee, Moment, eine Sache müssen wir auch noch besprechen, oder? Was denn? Heyman. Paul Heyman Backstage, ja, Björn, nehm uns mit rein, was hat er rausgehauen? Ja, Paul Heyman hat ja, ähm, war bei mir für seinen Klienten anwesend, war natürlich sehr glücklich, dass der Titel weg ist, und hat natürlich gesagt, so, ey, wir haben Rematch-Klausel und so, wir möchten ein Rematch haben und so weiter. Ah, Kurt Engel hat gesagt, so, nö, hab da irgendwie nicht, und er dürfte quasi bestimmen, wann es denn irgendwas gibt und, ähm, ja, mehr oder weniger hat man jetzt hier Brock Lesnar quasi für die nächsten Monate, Wochen, Monate, gucken, vielleicht Jahre, rausgeschrieben halt so, und damit begründet, warum er jetzt kein Rematch bekommt, was aber total unsinnig war, weil, warum sollte, warum sollte, warum kriegt jetzt Brock Lesnar nicht sein Rematch, so wie jeder andere Champion auch, der sein Rematch bekommt, wenn er es haben möchte? Es gibt Leute, die kriegen halt einfach zu viele Rematches, also die kriegen dann 2, 3, 4, 5 und 20 hinterhergeworfen, aber es gibt auch Leute, die kriegen halt keins, einfach so, das hängt auch ein bisschen von der Laune von Kurt Engel ab, man muss aber sagen, er hat jetzt, er hat jetzt fünfmal, weißt du, Wayne quasi den Arsch versohlt und dann Titel verteilt, er hat einmal Pech gehabt, in Anführungszeichen, aber ein Rematch, natürlich, obwohl es gefordert wird sogar, das ist, ja, ist schon heftig, nee, also die, man wollte ja mit darstellen, weißt du so, ja, Brock Lesnar möchte und so, möchte, so nach Motto, weißt du so, kriegt sich das aber, Anführungszeichen, nicht, ja, und deswegen sehen wir ihn jetzt lange, lange Zeit nicht, aber das ist doch Blödsinn. Ja, das hätte man schöner erklären können, war aber tatsächlich auch so ein kleiner Punkt im Backstage-Segment, ähm, ja, und ja, das war doch das erste Mal, das war doch das erste Mal, dass er als GM Kurt Engel Eier bewiesen hat, aber unlogischerweise. Ja, also er hat dann, er hat quasi die Eier bewiesen, Eier, wir brauchen Eier, aber zu einem Zeitpunkt, wo er dann halt, also, wo er kurz vor seiner Beurlaubung stand, und, wo es halt auch einfach keinen Sinn gemacht hat, also, wo er sich dann, logischerweise müsste doch jetzt Paul Heyman nächste Woche zu Baron Corbin kommen, kommen und sagen, guck mal, ja, also, der Mann ist jetzt endlich ja weg, ne, lass uns mal hier klartes Regen, war das eigentlich mit dem We-Match von Brock Lesnar, oder? Ja. Bin mir ziemlich sicher, wird nicht passieren. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Da, müssen wir uns nicht die größten, allergrößten Hoffnungen machen, irgendwie, ich weiß nicht, Brock Lesnar, der jetzt weg ist, ähm, das, also, wir wissen nicht, wie lange er weg ist, ne, keine Frage, aber das ist schon so ein bisschen, also, ich glaube, es wird so sein, dass wir uns in einem halben Jahr oder so schon wieder mal wünschen, dass wir einen Auftritt von Lesnar sehen, oder dass wir irgendwie ein Match von ihm sehen, weil er halt trotzdem enorme Star-Power mitbringt. äh, 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 gar keine Frage, aber wir brauchen jetzt nicht, wir brauchen jetzt nicht ein Jahr ankommen, ein Match kommen und ein Champion werden und wir drei Jahre verschwinden, also das brauche ich nicht. Ne, richtig, aber Lesnar an sich so gegen, gegen Lashley oder sowas wird man jetzt vorerst nicht bringen, äh, äh, was ich vielleicht für möglich erachtet hätte, wenn man jetzt, äh, ja, nochmal ein Engagement mit Lesnar hat, aber der wird jetzt halt erstmal Vollgas geben in, im MMA und nach seinem Fight im MMA wird er dann auch wieder zur WWE, denke ich, äh, kommen oder er macht einfach gar nichts mehr und geht auf seine Farm und jagt irgendwelche Tiere oder sowas, er schießt Bisons da in der Wildnis, keine Ahnung, können wir alles, äh, nicht wissen, das weiß wahrscheinlich nicht mal Brock Lesnar selbst, der entscheidet das spontan, der hat die Nullen auf dem, äh, Bankkonto und, ja, wird das dann selbstständig mit ihm, seiner Frau und seinem Gewissen vereinbaren. Noch irgendwas zu Raw? Nö. Dann lass uns mal zu SmackDown gehen, diese Woche übrigens kein Patreon-Teil. Warum Björn's da? Ja, weil wir nicht allzu viel Zeit haben. Ich habe ja die Hütte hier voll, wir wollen gleich noch, ähm, schön lecker Burger essen fahren bei Jean-Pierre Performance in Dortmund und, ähm... JP, JP! Bei JP, genau, und, äh, die Leute sitzen hier schon hinter mit Hufen und Scharren und wollen eigentlich los und, äh, deswegen hab ich drum gebeten, dass wir diese Woche keinen machen, aber, es gibt natürlich viel zu erzählen, wie diese Woche wird viel erlebt und sowas halt, nicht so wie die Wochen davor, wo es immer heißt, ja, mal Björn, das hast du letzte Woche gemacht, ja. Also nächste Woche können wir dann richtig deliveren, dann machen wir halt einfach 25 Stunden Patreon-Teil. Übrigens, es gab, äh, äh, am Dienstag auch auf Patreon einen, äh, kleinen Video-Patreon-Teil, als Björn's dann und ich uns quasi nochmal hingesetzt haben oder hingestellt haben, am Sonntag ein bisschen geredet haben, äh, ja, den könnt ihr euch natürlich auch anschauen, ist online und, ja, damit können wir eigentlich jetzt zu SmackDown gehen und zu The Miz, der SmackDown startet. Und Björn, ich muss gleich mal die traurige Meldung auch an unsere Hörer weitertragen, jeder, der Raw und SmackDown noch nicht gesehen hat. Leider, Leute, müssen wir ein Retirement, ja, verkünden. The Miz hat selbst gesagt, er retiert, er tritt zurück, sein Retirement davon jemals wieder gegen Daniel Bryan anzutreten. Daniel Bryan kommt raus, ist mega angry, weil Miz ja beim SummerSlam den Schlagring benutzt hat, um ihn zu besiegen. Er sagt, ey, du bist einfach nur völlig daneben, shut up und ich will nochmal gegen dich antreten, wir sind noch lange nicht fertig. Maryse sagt dann aber, ja, du kannst eigentlich den Namen von deiner, von deiner Frau annehmen und dann kannst du dich Daniel Bella nennen. Das fand ich eine ganz coole Line, wird auch heftig ausgebucht und das ruft Brie Bella auf den Plan. Sie kommt raus, vertreibt Maryse, äh, Maryse, sag ich schon, Maryse und haut The Miz um. Daniel Bryan, äh, nimmt sich ein Mikro und sagt, yo, ich hab übrigens mit Paige geredet, es gibt bei Hell in a Cell ein Mixed Gender Tag Team Match. Ja, diese Nachweden von dieser Mixed Match Challenge, also das hat Vince McMahon doch sehr begeistert, dieses, dieses Produkt, oder? Also, ich glaub, noch ein Jahr, dann haben wir den ersten Mixed Match Gürtel. Verspreche ich dir. Oh, geil. Verspreche ich dir. Das wird nicht mehr lange dauern, da formieren sich schon die ganzen Teams und sowas halt. Und der erste Titelträger von diesen Gürtel wird übrigens Alexa Bliss und Born Storm und Salina nachheiraten. Geil! Storyline Prediction. Storyline Prediction. Burn for WWE Writing, ey. So sieht's aus, so sieht's aus. Ja, ich hasse ja Mixed Match Gürtel. Ich hasse sie. Und jetzt hatten wir gerade Salina Weger und Lana und Rusev und ihren Partner, wie heißt der hier noch, Andrade Almas. Mhm. Und davor hatten wir auch und jetzt haben wir schon wieder das Nächste und es ist, oh, ja, es ist, macht ja sogar von der Storyline her Sinn und um diese ganze Story mit The Mist auch lange zu ziehen und darauf kommen, wir können uns auch ein bisschen auf lustige Segmente freuen und sowas halt, aber dieses Match aus dieser Storyline, das werde ich nicht gucken müssen, ich muss es gucken, ich muss ja drüber reden, aber ich würde es wahrscheinlich nicht gucken, wenn ich nicht gucken müsste und da wird uns bis jetzt danach hoffentlich dann noch krasseres und tolleres in dieser Storyline erwarten, als naja, dieses Aufeinandertreffen. Das Interessante ist auch, dass es bei Hell in a Cell stattfindet. Hell in a Cell, Pay-Per-View, der nächste Pay-Per-View von Smackdown, findet übrigens am 30. September statt und ich habe ja eigentlich spekuliert, dass wir zwischen The Mist und Daniel Bryan einfach ein Hell in a Cell Match sehen, weil die Fäde gibt es ja mehr. Ja, aber das wäre ja, aber das wäre ja, ich meine, das wäre ja fast auch zu früh für diese Fäde, dann quasi da schon ein Hell in a Cell Match zu bringen und man kann ja auch mal, ich weiß, das klingt doof jetzt, aber man kann ja auch mal ein krasses Gimmick Match bringen, auch wenn der Pay-Per-View vielleicht gar nicht dazu passt, sondern einfach nur, weil die Fäde dazu passt. Aber, also ist es wirklich zu früh? Ich meine, Miz und Daniel Bryan, die haben sich schon wirklich in den Haaren. Ja, aber wenn du jetzt schon ein Hell in a Cell Match machst, als zweites Match hast du, was willst du denn dann als drittes und viertes noch bringen? Ja, Three Stages of Hell wurde mal noch mit reingeworfen, man weiß es nicht. Ja, also prinzipiell, wenn man den Hell in a Cell-Per-View vor der Tür hat, das war eigentlich so mein Gedanke, ist es fast ein bisschen eigenartig, bei dieser Fäde jetzt zu sagen, nee, ciao, und jetzt bringt man halt so ein Match, was sehr nach Weekly riecht, finde ich. ich finde so Mixed-Match-Challenge so, das ist schon, keine Ahnung, das letzte Mixed-Match haben wir in der Kick-Off-Show oder bei SmackDown jetzt gesehen, mit Almas und Vega, also weiß nicht, das wirkt halt, wie du es gesagt hast, nicht sonderlich groß, ähm, ja, von daher, finde ich fast ein bisschen Wasted für Hell in a Cell, aber lass uns mal abwarten, vielleicht wird es ja ganz, ganz großartig, ähm, auch interessant, dass die Bella-Zwillinge wieder mit am Start sind, ne, Nikki Bella ist ja auch, können wir gleich mal ansprechen, die nächste Gegnerin, so, für, ähm, Ronda Rousey und ihren Titel, wird ja bei Evolution ein Match zwischen den beiden geben, also, die neue Titel-Ausforderung. die werden jetzt alle ausgepackt, halt für das große, große Dami-Vent, und danach verschwinden die auf die Ohrhelle wieder. Genau, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Brie Bella also hier auch mit involviert, außerdem, Ja, ich meine, ich sage geil, weißt du, ich meine, Frauenrevolution da vorne, weißt du, und dann bringst du die Bellas zurück. Bella, 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 ganz genau. Das verspricht für richtig geile Action im Ring. Wir haben Bock. Schlimmer als viele andere, die wir aktuell haben, wir willst auch nicht werden, Äh, wie schlimm war denn Peyton Royce gegen Naomi? Peyton Royce, äh, kam mit Billy Cake aus, hat eine typische Iconics-Promo gehalten, und, äh, ja, haben Brooklyn und Naomi gedisst, beide hätten so komische Lichter, die rumblinken, äh, und sind total nervig und sowas. Peyton Royce hat das Ganze gewonnen, hier, mit Hilfe von Billy Kay, gute Sache, ähm, aber vielleicht fandst du der Beyoncé auch ganz schrecklich, das finden wir jetzt heraus. Nö, ganz schrecklich fand ich das nicht, weil da gucke ich ja nicht so ganz intensiv hin, ja, als die beiden schon rauskamen, und, so wie Dave Meltzer, den ganzen, den ganzen Endfans wieder, ich meine, ich kann nicht mittlerweile nachvollziehen, ja, du hast dich ja früher aufgeregt, dass sich das nervt, halt so, ja, dich wegen der Stimme, mich nerven einfach diese Promos, die, ja, cool für ein Heel-Team sein mögen, oder was, aber, ich meine, diese haben mich ja auch nervenhalber, ne, hab ich keinen Bock drauf, brauche ich es jetzt nicht, ähm, ja, eher überrascht dann halt, dass es hier Peyton dann gewonnen hat, auch mit einer kleinen Hilfe halt, ne, aber, ja, kann man machen, muss man, muss man nicht machen, muss man auch nicht gesehen haben, also, wer das nicht gesehen hat, hat auch nichts verpasst. Äh, genau, das war also das Frauenmatch, was wir hier dann noch bei, äh, Smackdown hatten, Peyton, Royce, äh, da bist du einer der wenigen, die nicht ganz genau hinschauen, gibt ja auch, diverse Racing-Journalisten, die das anders handhaben, außerdem hatten wir bei den Damen, bei Smackdown, noch Becky Lynch gesehen, die, ja, ihre Erklärungs-Promo gehalten hat, nach ihrem Heel-Turn, und das fand ich ein sehr, sehr starkes Segment, ich hab's ja schon bei, bei Raw gesagt, geil, wir können über Becky Lynch reden, ich hab da mega Bock drauf, ähm, und du hast ja, die vergangenen Wochen immer mal wieder gesagt, so, ja, Becky Lynch, jetzt hier in ihrem Push, und das ist ja eigentlich, wenn die, wenn die das Mikrofon in die Hand nimmt, und da kann ich ihr nicht zuhören, und ich fand es tatsächlich, die letzten Wochen auch so, ich fand es aber hier, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber ich fand's mega erträglich, ich fand's mega stark, was sie hier am Mikrofon gemacht hat, sie sagt, das sollte meine Zeit sein, meine Chance, aber Charlotte klaut mir meine Chance, auf den Titel, ich sollte jetzt Champion sein, äh, Charlotte kommt raus, es entbricht ein Brawl, ähm, und die beiden werden quasi, von den Frauen des Kaders separiert, die rauskommen, und sie auseinander bringen, ähm, ja, also quasi einen riesen Brawl, den man zwischen Becky Lynch und Charlotte gebracht hat, aber die Promo hier von Becky, die muss ich sagen, war schon eins der Highlights von SmackDown für mich. Ja, da muss ich dir sogar recht geben, die Promo war, war richtig, richtig gut, die hat's delivered, außer eine einzige Sache, weil die Promo war noch richtig viel geiler, wenn man die Augen zugemacht hat, denn, ich weiß nicht, was da los war mit Becky, das war's halt ja, sie hat ja versucht, da zu schauschen, dass sie jetzt böse und angry ist, und, ähm, hat versucht, böse reinzugucken, dabei sei das, dass sie eher aus hat, als ob sie jetzt gleich irgendwie Durchfall hat, und ganz dringend auf Toilette müsste, oder so. Jetzt lass sie doch, jetzt. Ja, sorry, ist halt einfach sowas so, muss ich ja ansprechen, wenn ich das gesehen hab, oder? Okay. Mhm. Ähm, naja, aber sonst war es halt schon, äh, ganz, ganz gut, und, ähm, eigentlich war auch dieser, dieser Ball ganz cool und sowas halt, bis einfach dann ja, ja, wie schon bei War einfach der gesamte Kader rausgekommen ist, der dann versucht hat, die beiden zu trennen, allerdings, naja, wir wissen ja, Becky und Charlotte, also das sind ja zwei Monster, das ist ja wie die Bourne Swarmen und Big Show und sowas halt, da helfen 20, meine ich, die können die nicht auseinanderhalten, weil, ähm, da sind auch gar keine Profi-Wessler, so die anderen oder sowas halt, so, weißt du, und können die nicht zwei separieren und sowas, die sehen alle immer so scheiße bei aus, bei solchen Balls, lass die doch einfach sich da prügeln und, gut ist, bis die eine tot ist und, äh, dann geht die andere halt, äh, auch um den Bosterhalle halt, so, weißt du, aber was soll denn das, die ist, also, oh, oder halt, wenn sie rauskommen, dann, dann müssen sie aber auch halt dann, die schaffen einfach zu trennen und, dann sehen die einfach alle dämlich aus, sorry. Es ist ja auch, so eine, selbst eine Aska und sowas, da ist die Krise bei. Ja, Aska auch auf dem absteigenden As, Askt. Ja. Gott. Aber es ist ja nur natürlich, wenn man da jetzt nicht interveniert, sondern die einfach auch sich prügeln lässt, wie uns da, das hat mich tatsächlich alles so ein bisschen daran erinnert, äh, an, 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 äh, Doku, die ich, äh, kürzlich gesehen habe, über, ähm, äh, über, äh, über eine Savanne, so Afrika, so, über Löwen, Rudel, die da gegeneinander antreten und die sich dann da bekämpfen und in der Natur gilt halt auch, gefressen, äh, ja, fressen oder gefressen werden, so. Und, äh, da war eine Löwin dann am Ende, äh, jetzt wo du es auch angesprochen hast, die eine stirbt halt und die andere geht dann halt so, das war genauso auch in dieser Löwen-Doku und da war dann so eine Löwin richtig schwer verletzt und die, äh, das Rudel ist dann weitergezogen, äh, so muss es auch bei den Frauen laufen, sagst du? Ja, aber wenn da nicht, wenn da so zwei Löwin entfalten, weißt du, dann kommt nicht auf einmal, weißt du, die Giraffe, der Elefant und, äh, der Schipanse aus dem, aus dem Wald herausgelaufen, weißt du, und versuchen die zu trennen, weißt du, so. Das ist doch irgendwie, ich meine, da ist doch nochmal Healface und alles und die machen sich Sorgen darum, dass sich da zwei Wrestlerinnen im Ring prügeln und was, und versuchen die auseinanderzuhalten, da haben die doch gar kein Interesse daran, eigentlich müssen die nur mit einprügeln und sich untereinander prügeln und keine Ahnung was, aber das sieht immer so scheiße aus, sorry. Ja, geil, ähm, dann haben wir auf jeden Fall den Tiervergleich da ordentlich mit reingebracht, äh, hoffentlich geht für uns nicht der nächste Twitter-Shitstorm los. Da ist natürlich jetzt die Frage, wer von den Mädels, äh, war der Elefant, der rauskam aus dem Wald? Nein. Oh Gott. Okay, jetzt kommt der Twitter-Shitstorm trotzdem auf uns zu. Naya Jax ist ja bei Raw, das wollte ich nur nochmal kurz anmerken. Oh Mann, ey, ich glaube, das muss ich rausschneiden. Ich mag doch Naya Jax so. Wo ist die eigentlich? Ähm, ich glaube, die ist, äh, bei der, ähm, Therapeutin noch, weil sie ja so von Alexapolis, die jahrelang gemobbt worden ist. Und, äh, Enzo Amore ist auch nicht so gut gelaufen, ne? Also, ist nicht einfach für sie. Ja, oder die sind noch, die sind noch am Date, ne? Kann natürlich auch sein. In Brooklyn? Auch witzig. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall soweit besprochen und gehen jetzt zu der heißesten Fede des Sommers. Mehr oder weniger. Jeff Hardy gegen Randy Orton, das meine ich. Äh, seit Wochen haben die Beef, jetzt gibt's das Match hier zwischen den beiden bei SmackDown. Orton hat hier wieder mal sehr sadistisch und brutal angegriffen. Und irgendwann, irgendwann war es Jeff Hardy dann zu viel. Die ganzen Eskapaden, die er da mitmachen musste, die letzte Zeit mit Randy Orton, er tritt ihm in die Weichteile. Es gibt ein DQ-Finish und Jeff Hardy und Randy Orton brawlen sich durch die Halle. Am Ende bricht der Tisch nach einer Swanton Bomb von Jeff Hardy. Ein sehr nicer Spot zu diesem Zeitpunkt des Abends. Die Leute haben, haben's gefeiert, haben gejubelt, haben sich erfreut an dem waghalsigen Sprung vom jüngeren Hardy-Bruder. Ja, ist auf jeden Fall etwas, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man eh schon Hilfsprobleme hat. Also, immer unbedingt Swanton Bombs von zwei Meter Höhe durch den Tisch machen. Das hab ich gehört, das ist die beste Therapie, die es gibt. Ja, aber das sind das. Hab ich da mal Spotfight gehört, weil hab ich da Fake News gemacht, weil ich hab da den verletzten am Mann und will sich ein bisschen zurücknehmen. Ja, das sieht man, also wenn du ihn auch so laufen siehst und sowas und wie er sich bewegt, also das ist schon alles nicht mehr ganz so smooth. Ich kann mir auch vorstellen, dass Hardy halt sagt, ja, ich geh jetzt auch raus, ich hab jetzt kleinere Verletzungen und sowas, aber ist ja in Ordnung, lass doch hier wenigstens nochmal ein bisschen was machen und dann... Ja, ich hatte ja auch fest nach diesem großen Beatdown von Wendy Orton, wo er da alle Ohren durch die Halle geschliffen hat und so, weißt du, da war er eigentlich okay, wunderbar, jetzt schreibt man dir ein paar Wochen raus und dann kann er sich ein bisschen erholen und so, ja, ist ja nicht so, ne, weil dessen darf er halt gegen Wendy hier fehlen in Anführungszeichen und das ist auch ganz gut und ja, natürlich hat Jeff Hardy halt hier einmal den Nakamura gemacht, deswegen ist es aber kein Heal, das hab ich ja quasi auch schon gehört, sondern ja, es ist ja in Ordnung, wenn ich jetzt wochenlang von jemandem maltriziert werden würde, weißt du, obwohl ich der netteste Mensch der Welt bin, dann würde ich mich halt auch mal rächen, weißt du, so, und kann man machen und war ganz gut hier und ja, da werden wir mit Sicherheit irgendwas Schönes bei Hell in der Selle zwischen den beiden sehen. Jetzt, wo du das sagst, wenn dich so ein Mensch die ganze Zeit mobbt und du trotzdem der netteste Mensch der Welt bist, muss ich kurz an uns beide denken und dann, irgendwann kommt der Low Blow und ja, richtig, wollte ich nämlich gerade sagen, es hat nämlich jemand geschrieben auf Twitter, sag mal, oder nee, auf in den YouTube-Kommentaren war das, sag mal, wieso machst du eigentlich Björn so runter wegen seinem Englisch richtig unkorrekt von dir? Ja, ist auch so, hat er auch vollkommen recht, hat er auch vollkommen recht, da könnt ihr jetzt alle nochmal die alte WeWi reingehen und den Daumen nach oben geben. Hat er vollkommen recht. Für den Kommentar, ja, geil. Mensch, haben wir ja noch ein schlechtes Gewissen, aber ich mach dich doch gar nicht runter Björns da. Wir lieben doch dein Englisch so. Ja, aber ich meine, du glaubst, das hat keine Auswirkung, aber ich geh auch jede Woche zur Therapie und muss dann ja Jacks treffen. Okay. Es gab ein SummerSlam Rematch von der Kickoff Show des SummerSlams. Selina Vega und Andrade hier in Almas traten an gegen Rusev und Lana in einem von dir so geliebten Mixed Gender Tag Team Match. haben wir diese Woche also auch mit dabei gehabt. Wir lieben es und ja, Aiden English war da auch mit am Ring und trotz Aiden English, muss man fast schon sagen, mittlerweile gewinnt Rusev, holt sich hier den Sieg mit seiner Ehefrau. Aiden English verdirbt ihnen ausnahmsweise mal nicht den Sieg hier. Ja, wir mussten natürlich das Ergebnis von SummerSlam noch irgendwie wieder umdrehen halt so oder damit ja bloß keiner von beiden schlecht aussieht oder bloß gut aussieht. Das wäre ja katastrophal. Ja, die größte Überraschung, sag ich mal, ist natürlich hier, dass Rusev ja diesmal nicht am Ring erscheint und positiv erscheint in Anführungszeichen und er nicht dafür sorgt, der gegen die Schuld ist ja, warum Rusev und Lana verlieren. Ähm, ja, ist natürlich wieder ein kleiner Storyline-Twist. Man hat auch gesehen, Lana war da fast nicht so dooflich. Rusev hat es gefreut, dass sein Freund wieder da war und auch mal Positives beigetragen hat. Lana war so ein bisschen skeptisch. Ja, das wird uns dann halt die nächsten Wochen noch beschäftigen. Genau, die Story wird hier also auch noch weitergeführt. So ist das auch eigentlich zu erwarten gewesen, würde ich mal fast behaupten. Warum musste eigentlich Andrade Almas jetzt hier unbedingt jetzt tappen? Hätte man nicht einfach Senior Vega pingen können oder so? Ja, wäre durchaus auch möglich gewesen. Also ich glaube mit, also ich könnte mir vorstellen, so rein, also ich weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, mit so einer Andrade Almas hat man vielleicht später mal mehr vor als mir das Senior Vega, oder? aber es ist eine normale Gedachte. Wer weiß, vielleicht ist Vince etwas verliebt in die Dame. Mal schützt man die Leute und mal, wenn man die leichteste Möglichkeit hat, indem man halt hier so ein Mix-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match macht, ja, dann nutzt man sie nicht. Naja. Aber ist ja nur eine Kleinigkeit. haben die 99% Zuschauer eh wieder Bock vergessen Tja, außer unser Björnster, der passt da ganz ganz erpicht darauf auf, dass ihr alles im, ja seinen, wie sagt man alles mit rechten Dingen zugeht ganz genau, ja genau ähm dann lass uns doch, oh zwei Dinge haben wir sogar noch bei Smackdown, geil ah, zwei richtige Highlights sehe ich hier auch gerade in meinen Notizen, mega geil, lass uns doch erstmal zu dem Mann gehen der den Titel für die Smackdown, Raw & Smackdown Review diese Woche, äh, inspiriert hat und zwar Samoa Joe der hat AJ Styles richtig gegeben und ich muss sagen, das war das Segment diese Woche was für mich das Highlight war und wo ich danach einfach hier saß und gedacht hab der Typ ist schon wieder so badass und ich denke mir das fast jede Woche bei dem, ey, ist unglaublich AJ Styles hat eine Promo gehalten der SummerSlam lief wohl nicht so gut, wie er sich das gewünscht hatte, aber er sagt wenn Joe das nächste Mal meine Familie erwähnt, dann ist es vorbei dann kann ich für nichts mehr garantieren und genau das macht Samoa Joe er kommt raus knockt ihn von hinten aus nimmt ihn in die Kokina-Klatsch wirkt ihn und schreit dann in die in die, in die Kamera Wendy, Wendy guck mal der Daddy der ist schon schlafen gegangen gute Nacht Daddy schlaf schön gute Nacht und er nimmt den Kopf und wirft ihn einfach auf den Boden und wirkt schon wieder wie der krasseste Badass dieses Planetens also unglaublich Samoa Joe ist einfach the man wir sagen es Woche für Woche für Woche und es wird Woche für Woche für Woche wahrer Ja also ich muss sagen nachdem die Fede ja am Anfang ja noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat und wir gesagt haben so boah die können so viel und ja lass es doch jetzt ein bisschen intensiver werden das hat man natürlich jetzt hier indem man diese Familie integriert und sowas hat richtig richtig gut geschafft ja auch mit den Fuck-Finish was war ja in Anführungszeichen dort noch okay beim Pay-Per-View ja wäre das zweite Fuck-Finish erforderlich gewesen wo ich mich so aufgeregt habe das hat man alles richtig richtig gut gemacht und auch jetzt hier wie man das weiter aufnimmt alles super und ja Joe macht das sehr nationell Styles macht seine Rolle auch da richtig richtig gut aber ich muss eine kritische Sache trotzdem sagen die jetzt nichts mit dieser Spectre-Ausgabe zu tun hat sondern ich habe mir natürlich nach unserer Web-View am nächsten Tag auch mal die Summerslam nochmal die Highlights angeguckt und hab das ja am Tag davor gar nicht so richtig mitbekommen mit dem Kind und sowas halt was ist das denn eigentlich da haben wir ja bei der Summerslam-Web nicht drüber gesprochen halt so ja Alter wie kann man denn weiß ich nicht wie alt ist die Tochter zwei oder so ja zwei drei Jahre alt oder was wie kann man denn so ein Kind damit in die Halle nehmen und dem Kind zeigen wie ihr Vater da verprügelt wird die versteht das doch gar nicht halt so also das war was die WWE sich dabei gedacht hat so wundert mich auch dass es gar kein großer Aufschrei da gibt irgendwie halt so fand ich unter aller Sau ich meine sowas jetzt wie jetzt zu machen halt so weißt du ich meine das sieht die Tochter nicht weißt du da kann Joe richtig paar nette Worte richten ran weißt du sowas halt und dadurch nehmen und sowas halt aber das muss man der Tochter ja einfach nicht zeigen aber als sie dort in der Halle war und als ich das jetzt im Nachhinein gesehen habe und so richtig realisiert habe habe ich mir einfach nur gedacht so mal WWE habt ihr eigentlich irgendwie was stimmt denn mit euch nicht was haben die sich denn dabei gedacht also ich glaube auch dass dass Stiles das einfach so verantwortet hat dass er meinte ja das geht schon klar und sowas ja aber was stimmt denn da mit Stiles nicht ich meine das ist ein dreijähriges Kind oder sowas halt die sieht halt nur da wie ihr Vater verprügelt wird ähm ja ich meine da kann auch Stiles sagen ja aber ich habe ihr vorher gesagt dass das nur Spaß ist und sowas halt hallo das ist ein dreijähriges Kind wie sollt ihr das denn kapieren also und man hat ja auch gesehen bei den Bildern wo dann Stiles die Tochter die Tochter war ja die war vollkommen überfordert mit allem dort also nee muss ich sagen wäre auch das immer irgendwie also wenn das Stiles Vorschlag war oder sowas halt dann ja weiß ich nicht was soll das denn also war auch also das war auch ein bisschen awkward also man hat natürlich die Familie da als Element mit reingebracht weil es ein Teil der Fehler war es hätte doch vollkommen gereicht wenn die Tochter nicht dort gewesen wäre sondern nur die Frau da gewesen wäre halt ja und Joe hätte irgendwas mit der Frau gemacht oder sowas halt ja der hätte Stiles genauso ausrasten können und was soll das denn mit der Tochter dort also sorry ja hab ich auch nicht kein Verständnis für also hab ich auch nicht verstanden normalerweise achtet die WWE ja auch so viele so Sachen und sowas halt ja aber wer das durchgewogen hat also naja ähm ich find's ja ganz gut gut dass man Monroe Sky die Tochter von Maryse und The Miz nicht für keine Ahnung für den Summer Sam zum Beispiel da im Kinderwagen hatte sondern dass der Kinderwagen leer war oder nur eine Puppet genannt hat das ist ja schon mal was also da kann man auch mal positiv ansetzen ne ja ja aber wenn die dreijährige Tochter musst du gucken wie der Vater verpuzzelt wird ja ganz ganz großartig naja passiert da stecken wir nicht drinnen Erziehungsmaßnahmen eines Wrestling Vaters das ist auch ganz großartig wobei also ich denk mir die ein oder andere Tochter von einem Wrestler oder allgemein Kinder von einem Wrestler also es gibt bestimmt die ein oder anderen wie Charlotte zum Beispiel völlig durchgedreht sind und die dann sagen ja ich mach das gleiche und ich will auch in dieses Business Passion Passion gibt aber glaube ich auch diejenigen die sich dann so ein bisschen für das schämen was ihr Vater da macht und die dann gar nichts mehr damit zu tun haben und dann vielleicht trotzdem irgendwann mal in der WWE Storyline verwickelt waren und dann da im TV zu sehen waren mit drei Jahren auch nicht sonderlich super aber das muss jeder Vater für sich selbst wissen Björns und wir sind darauf gespannt auf den Tag wo du dann Vater wirst und wie du mit deinem Kind dann da umgehen wirst und wie du es erziehst Ja sollten wir dann mal irgendwann beide eine Storyline im Ring haben und meine Tochter oder mein Sohn ist noch keine zwölf Jahre alt dann wird die nicht mit am Ring sein Okay schade geht es also auch nicht um das Sorgerecht in einem Leather Match Ne das nicht aber ich würde zumindest wenn mein Sohn dann zwölf ist dann würde ich schon zeigen guck mal hier so ne Mann wie ich damals in Jonathan den Arsch versüllt hab Ich will dass alle Promoduelle auf Englisch stattfinden So wir gehen zum Main Event von Smackdown Björns ein großer Titelwechsel den gab es noch und zwar in der Tag Team Division bei Smackdown New Day holen sich die Titel von den Bludgeon Brothers New Day gegen Bludgeon Brothers der NoDQ Main Event von Smackdown diese Woche Leitern Tische Tische und Bürostühle wir haben es jetzt mal ernst auf wie geil war bitte dieser Spot als Luke Harper Kofi Kingston den Kommentatorenstuhl an den Kopf geworfen hat einfach ohne Rücksicht auf Verluste drauf da da waren einige so nette Spots dabei ne Hashtag drauf da auch mit den Leitern und so halt da war ja so einiges dabei jetzt muss ich dich allerdings erstmal fragen bevor ich jetzt es ja wieder zu negativ das Ganze bewerte welche Verletzung hat irgendwie einer von den Bludgeon Brothers und ich hab das jetzt nur im Nachhinein gehört dass irgendwie Wown ist verletzt oder was und deswegen gab es einen Wechsel oder was ist da passiert ja so in etwa also es ist da ist auch nicht viel irgendwie ganz ganz klar aber Eric Rowan wir können ja noch 15 Minuten Match wirken wenn er verletzt ist das ist das hab ich irgendwie nicht so ganz verstanden und wenn das halt jetzt nicht der Grund ist warum der Titel gewechselt ist ja sondern quasi ich mein wenn ihr jetzt Wown hat sich verletzt am Tag davor und sowas halt wir wissen der fällt dieses wochenlang aus dann ist es natürlich logisch dass du hier den Titelwechsel machst gar keine Frage aber wenn das nicht feststeht und das ist einfach dann frage ich mich ganz ehrlich ey ey wir haben den Summerslap den zweitgrößten Pay-Per-View des Jahres und dann machst du einen Up-Fuck-Finish in Anführungszeichen ja der ja gar nicht so Up-Fuck war weil das halt zu den beiden Klüppel wo dann passt halt so ja und dann machst du einen Tag später aber diesen Titelwechsel also sorry dann also verstehe ich nicht dann bring ich noch dieses Up-Fuck-Finish quasi eine Woche vor dem Pay-Per-View um das Match nochmal zu hypen weißt du und dann machst du dann mein Pay-Per-View den Titelwechsel also ich verstehe es nicht ähm er hat eine Bizeps-Verletzung und er muss wohl auch ähm ja ne also sicherlich ne Operation über sich ergehen lassen ähm genau deswegen gibt's also ich weiß nicht wie er das Match noch besprochen äh oder bestreiten konnte ich glaube er hat auch nicht viel mit seinem Bizeps gemacht ja vor allem muss man das drauf achten jetzt wenn man weiß was verletzt ist was er noch da gemacht hat aber ich meine da gab's ja zum Beispiel die Spots wo er da äh wo sie halt so zwei Kofi Kingston auf diese Leiter hochgeschmissen haben und so also auf die Leiter hochgeschmissen haben dann musste er auch den Bizeps äh keine Ahnung naja ja genau ähm aber letztlich wenn es wirklich wieder für eine Verletzung sein sollte dann ist es natürlich äh äh dumm gelaufen halt Anführungszeichen dann kann ich das natürlich nicht nachvollziehen sorry jetzt Nüder wieder als Champion zu haben und sowas halt brauche ich halt wirklich null und dann hoffe ich auch dass da was schnell storyline mäßig passiert und dann halt von mir was Cesaro und Sheld dass die ja das tolle Match hatten das Finale verloren haben dass die nochmal eine Chance bekommen oder so halt irgendwas halt so aber jetzt mit Nüder mit den Titeln rumlaufen so wieder zu sehen Alter da hab ich ja null Bock drauf das wird endlich Björnster endlich der Aufhänger für den New Day Split seit Jahren sag ich es immer wieder Leute wann splittet ihr das Team endlich jetzt ist es soweit ich glaub ganz fest ich freu mich schon auf das wie bucke ich das Hellen das Hellen Paper Room wenn ja Johann hat erzählt so ja das wird die erste Aussage sein warum die sich splittet aber jetzt komm schon Björnster findest du nicht auch dass New Day sich demnächst einmal auch trennen kann ja Hammer seit anderthalb Jahren erzähle ich das dass die Sache auszählend ist weißt du und seitdem weißt du ist der einzige Wechsel der stattfindet von Pancakes von Cornflakes zu Pancakes weißt du so und boah ist das geil guck mal das werfen die mit Pancakes super nice vielleicht einfach mal jetzt einfach mal von Pancakes wechseln auf Hähnchenschenkel und dann den Leuten immer Hähnchenschenkel am Kopf werfen ja die Amis die lieben das und ja das das würde sich dann auch einfügen in die sonstigen oder Spare Whips und dann kann Big E in 5 Kilo äh 550 Kilo Spare Whips baden und Hammer ich lach jetzt schon das würde die Quoten das würde die Quoten denke ich auf jeden Fall in die Höhe treiben für Raw und ja vor allem für Smackdown ähm wohl aber auch eher eigenartiges Publikum dann anziehen wobei das ja beim Wrestling eigentlich keine Ausnahme ist oder ja ja hm hm wie ernst war ein starkes Match in meinen Augen New Day gewinnen ja war unser Hals aber auf jeden Fall ja sollten aber auch wenn man schon so ein NoDQ Match macht und so dann verlange ich sowas aber auch yes du verlangst sowas direkt ja also sorry aber es ähm ich meine da geht es in Anführungszeichen nur um darum weißt du wie hart du du bammst halt in Anführungszeichen nimmst halt so ja aber ein NoDQ Match langweilig zu gestalten da muss es schon echt viel Scheiße da muss es echt schon Scheiße für sein okay Björns da die WWE Woche und die Summerslam Woche in Brooklyn enden mit einem Titelwechsel was hat dir diese WWE Woche abverlangt und wie war es welche Show war diese Woche besser Raw oder Smackdown puh also ich muss sagen dass jetzt beide Shows jetzt nicht total abgefallen sind oder sowas halt also es war eigentlich so halbwegs okay was man dort gemacht hat also ich meine wir hatten bisher schon viel viel uninteressantere Wochen und sowas halt man hat vieles Neues auf den Weg gebracht und so ich würde jetzt tatsächlich jetzt aber diesmal im positiven Sinne halt einfach ein Unentschieden vergeben und sagen aber das kann man sich beides ruhig ohne Probleme die Woche geben halt so klar so ein zwei Matches die kann man natürlich einfach skippen halt so ja aber sonst hat man halt viel ja viel gemacht auch Backstage viel gemacht und viel Storylines vorangetrieben und ja vieles Neues viele neue Wege eröffnet und und daher war es sicher einer der interessantesten WBE Weeklies seit langem nice Björnster dann haben wir das auf jeden Fall ich fand Smackdown tatsächlich diese Woche stärker allein wegen Samoa Joe muss ich hier meinen Punkt an Smackdown geben Leute sorry diese Woche nichts ja aber das Shield Comeback damit geben die alle an War die Punkte ich schwöre dir 80% War im Shield Comeback ja das ist ja auch so ich lese ja auch mal ganz gerne Kommentare und sowas halt also Twitter so was die Leute so schreiben und sowas halt ich bin mir ziemlich sicher du hättest einfach vorher in zwei Stunden Iron Man Match machen können zwischen Lana und Alicia Fox ja was das Schlimmste dieser Welt wäre wahrscheinlich ja und danach hättest du einfach ein She Comeback gemacht und dann hätten alle gesagt boah die beste War Ausgabe die es jemals gab weil die Leute das nicht differenziert betrachten das muss man einfach ganz klar sagen das ist ihnen vollkommen egal was die zweieinhalb Stunden davor passiert wäre natürlich war es ja so eine gute War Ausgabe aber die hätten total kurze sein können ja hauptsache das Sheet ist wieder da oder keine Ahnung wenn du jetzt hier im Punk zurückgekommen hast dann kannst du auch vorher einfach drei Stunden Schlammcatchen zeigen halt so und dann bringst du das hier im Punk und dann sagen alle boah das war die beste War Ausgabe die es jemals im Leben gegeben hat wobei man auch sagen muss das ist absolut verständlich also wir gucken wir besprechen das ja komplett nochmal durch und geben dann die Wertung ab während natürlich viele unserer liebsten Hörer auch dann nur noch sich daran erinnern was vielleicht die Highlights waren und bei mir wäre das nicht anders würde ich das hier nicht durchsprechen dann würde ich mich wahrscheinlich auch an den großen Punkt der Woche erinnern und dahin meinen Punkt geben ihr könnt auf jeden Fall rechts oben abstimmen in der Infokarte und könnt dann ja eurer Meinung hier Ausdruck verleihen und Raw, Smackdown oder Unentschieden anklicken wir melden uns dann nächste Woche zurück für die Raw vs. Smackdown Review sind da gespannt wie es im Hellen Cell Aufbau so weiter geht Björnster warte mal welche was sind denn jetzt die nächsten Großevents eigentlich bei WWE schon Hellen Cell ne das fragst du mich jetzt also ich hab den Pay-Per-View Kalender nicht also da werde ich noch jede vier Wochen im Pay-Per-View haben warte mal davor was war der letzte davor ist ja eh jetzt immer gemischt ja muss der Hellen Cell sein ich klicke gerade noch mal auf die Website von www.com da haben wir den Summerslam ja und dann haben wir natürlich einmal den Frauen Pay-Per-View also genau den Frauen Pay-Per-View der kommt aber ja erst im Oktober ach so und das May Young Classic läuft ja gerade auf dem WWE Network ansonsten Hellen Cell am 16. September okay dann hab ich jetzt Quatsch erzählt da haben sie das Datum geändert okay ja da war so ein bisschen eine Änderung dann am 6. Oktober Super Showdown und am 28. Oktober Evolution der Frauen Pay-Per-View genau das sind so die nächsten noch vier noch vier Weeklys und ist wieder Pay-Per-View genau Gönnung 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 Hast du noch irgendwas loszuwerden diese Woche ne Jungs ich will mich wirklich noch mal entschuldigen dass wir jetzt heute kein Patreon Teil aufgenommen haben und so dafür nächste Woche dann ganz viel zu erzählen ja ansonsten ja an die Leute die übrigens geschrieben haben es gab ja so ein zwei Idioten unter der letzten Review so von einem Motto das wäre total unprofessionell dass wir uns im SummerSlim dort quasi alle treffen weißt du und deswegen dann Party machen und dann wir unseren Job hier quasi nicht ernst nehmen würden und sowas halt also erstmal ist das hier kein Job sondern das ist Hobby wir machen das auch Spaß und wir verdienen auch nichts wir verdienen daran nichts und wir werden jetzt bestimmt nicht sagen oh komm wir tun jetzt einfach ja uns zu Backlash treffen weil es dann weniger Leute stört oder sowas halt wir haben auch noch ein normales Leben und viele Leute haben ja noch drunter geschrieben haben wir so ey Jungs Gönntchen das doch mal weißt du nur weil sie jetzt einmal im Jahr hier irgendwie mal weg sind und was jetzt hier Paper vielleicht nicht ganz so delivered haben trotzdem muss ich mir sagen habe ich im Nachhinein die Review angehört und die war gar nicht so schlimm wie ich fand also ja ich fand die echt okay ja also die großen Dinge haben wir trotzdem mitbekommen und dann ist man halt so ehrlich und sagt den Leuten halt so okay dann habe ich das Match halt nicht gesehen dann ist man so ehrlich halt so ja Jungs ich weiß andere Leute andere größere YouTuber halt so die lesen die Matchcut durch und erzählen dann euch wie toll alles ist und sowas halt aber das muss ja auch nicht sein nicht wieder shooten bitte das war kein Shoot halt so aber das habe ich auch schon oft genug bei anderen Leuten erlebt die wo man dann nachweislich sagen konnte okay die haben nur den Schaubericht gelesen weil sonst hätten sie das nicht so erzählt wie sie es erzählt haben naja ja ähm ist auf jeden Fall äh trotzdem sehr sehr cooles Feedback gewesen und äh danke schön dafür ja definitiv ich meine Stechen halt immer die eins bei dir und Stechen halt immer raus was und ich rede mich über sowas dann auch noch auf eigentlich traurig ja also finde ich auch also fand ich ein mega gelungenes Wochenende und äh ja das ist ja auch Wrestling also wir wir sind jede Woche am Mittwoch hier und besprechen die Shows wir sind äh für jeden Pay-Per-View am Start direkt danach bleiben die Nacht wach und äh besprechen das direkt danach und sowas ich finde da sind wir absolut ähm ja auch mal dann legitimiert in Anführungszeichen mal zu sagen okay jetzt schalten wir mal den Analyse-Modus kurz aus und sind da halt mit ein paar Kollegen und haben Spaß äh Spaß haben wir auch so also ich zumindest äh wenn wir in diesem Analyse-Modus sind aber ja das sehen ja die Großteil der Leute sehen das ja auch so von daher ist das auch gar kein großes Thema Björns da genau nächste Woche dann mit einem geilen Patreon-Teil Leute ihr könnt auch auf Patreon vorbeischauen für vielleicht extra Podcasts oder sowas wenn ihr da Bock drauf habt da kommt ja auch jeden Freitag quasi ein ja ähm Wochenend-Podcast die Wrestling Topic Talks ein exklusives Patreon-Format vieles mehr das da und den Edeljobber müsst ihr auf jeden Fall auf Twitter folgen auf Instagram folgen und auf YouTube abonnieren das ist ganz ganz wichtig ähm genau ansonsten haben wir noch irgendwas los zu werden Björns da nö 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 das nicht ich freue mich auf die nächste Woche und dann auf einen Patreon-Teil juhu ich habe ja auch so ein bisschen Schmacht jetzt also du hast Schmacht wieso ja nur 15 Minuten Patreon in den letzten drei Wochen oder was halt so das ist zu wenig für mich ja das stimmt so ein bisschen Entzug aber es ist halt der äh August da ist alles nicht in den geregelten Bahnen und wir steuern aber auf den Winter zu wo es dann wieder wieder alles in die ja in in die normalen Gleise fährt wenn man das so ausdrücken kann weiß ich auch nicht wir haben auch genug jetzt geredet sag ich mal lass mal lieber die Aufnahme jetzt ausschalten weil mein Mund ist schon wieder ganz vorsichtig macht keinen Blödsinn genießt die Woche sollt euch ihr Samstag für Gamescom sein 14 Uhr am Twitch dann könnt ihr vorbeischauen wenn ich auch anwesend ansonsten würde ich sagen reingehauen haut rein Leute ciao 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 We need to get back in the game